Die haben halt doch gar nicht gespielt, zuviert. Ich mach Baggerraum. Wo bin ich schon wieder? Ich nutze den Aufzug, nein nicht die, die innere. Du willst nicht, dass der Aufzug ruhig ist. Ich bin Main Hall, oder? Du bist der explodierende Raum. Gibt's den Aufzug? Ja. Manchmal ist es hinten dicht. Oder? Ja. Ah scheiße, wir haben kein Spynet. Spynet? Oh, da ist schon wieder einer. Ich finde da ist Spynet eigentlich ganz gut. Was ist denn da Spynet? Der Cam. Camnet. Ja, ich hab's. Ach du hast es? Ich hab's immer dabei. Machen wir uns das eigentlich schlecht. Ah, ich glaub ich weiß wo sie sind. Was? Nee, eh doch nicht. Nee, ich glaub weiß ich doch nicht. Was war's? Ich bin nur explodierender Raum. Der ist im Raum von Atelier im Raum. Ja. Der ist wahrscheinlich unten drunter. Ich mach Main Hall noch. Ja, der ist noch. Gehen wir zurück. Ich? Ja, du. Der ist da noch irgendwo. Das ist schwerer der Stefan. Mit der blöden Umrennen-Taktik. Da? Ja, so lange er Alarm ist, können wir nichts machen. Da steht ja nicht mehr Alarm dran. Immer noch. Das ist vielleicht der, der wo gerade leuchtet. Der wird jetzt nicht aussteckt. Da unten. Nein, der war jetzt grob da, aber der ist schon tot. Ja, wenn er 20 ist, dann ist er noch da. Oder er hat, äh... Ja, okay, das kann natürlich auch Lams nicht gewesen sein. Ja. Okay. Okay. Das war der Barberaum. Gift Mini. Also explodierender Raum schaut noch ganz gut aus. Explodierender da oben? Hast du das schon gemacht? Nein. Polygraphy? Das war doch meine Staubposition. Hä? Selassika? Normalerweise nicht. Was, als wir schon wieder? Ja! Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Ja! Ja! Oh. Ich hab ja, ich hab ja. Okay. Das war ja. Oh, ja... Äh? Spielen wir jetzt noch eine Minute, dann müssen wir neu starten. Warum? Weil ein alter Kart seine Konsole sich abgehangen hat. Ja, dann mein ich mal, äh, du gibst die oben. Ich komm wieder rein. Was ich? Hä? Ich komm wieder rein. Durch die Tür, weiter links. Dein? Ja, ja, aufschließen. Ab. Ja, dann mach mal Quitt. Mein 70 ist der irre Quitter. Schon wieder. Jetzt komm mal weiter. Machst du eine Aff? Nee, mach du. Mach's mir. Ja! Ja! Jetzt ist ja immer voll. Ganz plötzlich geht die Kamera. Kamera ist voll im Arsch. Ist so voll! Ist so voll! Ist so voll! Wuuuuh! Das ist ja erweitert 2. Find dich nicht. Spezieller Server. Ich bin gleich auf Online. Nee. Das war eine Einführung. Gleizknutze fix! Was machst du da? Ich geh zu weit zurück. Das hilft schon. Jetzt braucht er Lade in den Vorgang. Du bist da scheinbar alles. Dann wirst du's mir das auch so lange. Was ist denn das? Start. Ja, gut, dass du dir die gekürzt ist. Sonst müsstest du dir das Video anschauen. Gegen. Der Evil Video. Der Evil ohne. Speicherkarte voll. Du wirst jetzt wissen. Wir warten bis gerade um 12 Uhr ins Aufloch. System Link, oder? Ja. Nicht so anlegen. Soll ja das genau gemacht. Ja, du hast wahrscheinlich erst eingestellt und hast noch nicht erst bleiben anlegen. Was? Bleib anlegen. Und dann erst die Parameter. Ach so? Sonst können wir eh nicht scheinen. Dann musst du nicht Hochdeutsch mit mir sprechen. Echt? Du musst auch Beilens machen, gell? Weil du... Ja, der Stefan hat uns aufgemacht und ich bin jetzt da reingegangen. Natürlich. Ja, und was machen wir jetzt? Soll ich die Quillen? Nee, du bleibst drin, weil der Stefan ist schon im Spiel drin. Und jetzt darf jeder von uns nur ohne Leben starten. Was ohne Leben? Ohne Leben. Dope. Dann quasi tot starten. Genau. Das muss man ja wieder bei Ausmissung einstellen, oder? Das stimmt. Du hast ja wieder gemangiert. Abschiebt ja. Ach, das stimmt doch. Nimm jetzt mal Gschröduzni gleich im Gschröduzni. Ich glaube, du musst dich auch mal nutzen. Nimm ich Gschröduzni oder was? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe ein Schweigerkarte hingegangen. Oh. Siehst du dann nicht? Nein, das ist sehr schön. Ah. Ah. Huuu. So, der alte Karte mal drin. Da bist du noch der Steck. Oh shit. Alter, der alte Karte direkt. Ich weiß nicht, wer Steff ans Spiel ist, macht jeder sein eigenes Spiel. So. Der ist selten, wie er alles losen. Wo ist die Karte? Steht der Monitor drauf? Ich habe sie wieder eingepackt, das war das Problem. Ich bin bereit. Nicht so lange. Aber jetzt. Aber. Ich bin bereit. Ich bin bereit.